ja hallo liebe freunde mal wieder zeit für ein news wird was gibt es so neues bei mir die dvd oder vielmehr die dvds über den t-rex 450 sport v2 die neigen sich nur allmählich also vielmehr die herstellung und produktion neigt sich so allmählich dem ende zu es werden zwei dvds werden mal wieder mit viel informationen tipps und tricks zum aufbau und das einfliegen ist diesmal auch mal wieder mit dabei des weiteren geistern ja schon so die letzten wochen oder es geistert so der neue dfc rotorkopf von allein durch das web ich habe mir ein bestellt kommt morgen oder übermorgen an und dieser rotorkopf der kommt in den pro rein in den t-rex 450 pro mit dem microbeast ich werde natürlich berichten was im set drin ist wieder einbau so klappt und ab der leder mit auch noch fliegt ich denke auf jeden fall des weiteren hat auch mein freund marken hallo marken gruß an dich brauchen wir es nein dann kaufen wir es kennst du doch irgendwo her der hat sich auch ein bestellt und dieser dfc rotorkopf kommt dann in den rex 500 rein mit dem alten 3g system und wir werden mal sehen wie das ding damit zu fliegt und auch darüber werde ich und vielleicht auch matten berichten ja soweit so gut erst mal und was gibt es eigentlich sonst noch ich glaube nicht mehr sehr viel das reicht ja auch schon des weiteren das wetter wird besser und ich wir können ja nicht fliegen gehen okay das war es jetzt die neuesten heli ernst jungs aus dem heli hauptquartier in tespe ok